Indischer Polytheismus? Panchapassana, Verehrung der fünf Gottheiten Das ist ein System, das man überall in Indien findet. Und man sagt, es sei historisch eingeführt worden von Sri Shankara Acharya. Das ist nicht ein primitiver Polytheismus oder ein sektierischer religiöser Kult einer bestimmten geografischen Gegend, in Klammer Hinduismus, sondern es beschreibt die Evolution des Bewusstseins. Jede einzelne individuelle Seele befindet sich an einem anderen Ort, an einem verschiedenen Entwicklungsgrad. Dabei ist jedes einzelne Leben wie ein Schultag. Es ist wichtig, die individuelle Entwicklung in einem größeren Zeitrahmen zu erkennen. Das gibt dem jetzt, dem gegenwärtigen Augenblick, noch größere Gewichtigkeit. Durga, in Klammer Parvati, Kali, Sati und so weiter. Das ist die Mutter Natur. Diese Welt, die gesamte materielle Energie. Man ist fasziniert von der Welt, im Traum und im Wachsein, spricht man von ihr, genießt sie. Wenn man Shravanam darüber hören, Kirtanam darüber sprechen und Smaranam sich daran erinnernd, einen ausfüllend, praktiziert, dann nennt man das Upasana, Verehrung. Upa ist gleich nahe, Asana ist gleich sitzen, verweilen, sein. Dafür braucht man keine hinduistische Zeremonie zu vollziehen oder ein Murti zu verehren oder irgendwelche Mantras dazu zu sprechen. Das ist dann noch die kulturelle Dekoration dazu. Durga Puja bedeutet also, über die Welt zu sprechen, von ihr zu hören und die ganze Erinnerung von den Eindrücken der grobstofflichen Welt ausgefüllt zu haben. Surya, die Sonne Alles ist Energie, in Klammer, die kommt von der Sonne. Es ist das Verständnis, dass hinter den Formen dieser Welt, hinter der groben Materie, eine subtile feinstoffliche Energie alles durchdringt. Man erkennt, dass die grobstoffliche Materie eigentlich die gleiche Energie ist, in einer anderen Schwingungsfrequenz. Alles entwickelt sich aus einer feinstofflichen Matrize aus, aus morphogenetischen Feldern. Das Sichtbare in dieser Welt ist nur die Verfestigung, die Kondensierung dessen, was auf der feinen Ebene geschieht. Surya Puja bedeutet, die Welt als eine feinstoffliche Energie wahrzunehmen, die alles durchdringt. Ganesha Man erkennt, dass es auch das grundlegende Andere gibt. Denn wenn alles nur feinstoffliche Energie ist, dann gibt es noch nichts, was diese Energie formen würde. Dass die Energie bewegt, dass sie strukturiert, Denn Energie ist einfach latent gegenwärtig, ohne Plan, Wille und Absicht. Dieses Andere ist Bewusstsein, das Transzendental ist. In Klammer Diese Erkenntnis mag nach vielen, vielen Geburten in einer Seele aufsteigen. Und so erhält man ein spirituelles Verständnis, das aber noch vermischt ist mit materiellen Vorstellungen. Ein Transzendenzverständnis, das überlagert ist mit den Prägungen, in Klammer Samskaras, die man in vielen Leben aufgenommen hat. Thomas von Aquin erklärte, dass es eine ewige Seele gäbe, die aber von zweierlei Art sei, eine menschliche und eine tierische. Denn sie verhalten sich ja verschieden. Das Bewusstsein ist noch vermischt mit materiellen Vorstellungen, sodass es nicht klar genug ist, um den kategorischen Unterschied zwischen der Seele und der Materie zu verstehen. Die Seele ist zwar momentan umhüllt von Materie, aber die Eigenschaften der Materie penetrieren niemals das Transzendente. Deswegen ist die Seele weder schwarz, chinesisch oder weiß, nicht jung oder alt, nicht männlich oder weiblich und natürlich auch nicht menschlich oder tierisch. Diese Vermischung, in Klammer Ganesh, ist halb Mensch, halb Tier, was auf die Vermischung hindeutet, ist das Projizieren von materiellen Erfahrungen und Designationen auf das Heilige, auch auf Gott. Zum Beispiel, indem man denkt, Gott sei alt, da er ja am Anfang der Schöpfung schon da war. Ein anthropomorphes Gottesverständnis. Das heißt, man erkennt noch nicht die völlige Gleichheit aller Seelen. Bhagavad Gita 5.18 Transzendenz vermischt sich mit materiellen Verständnis, ist Ganesha Puja. Dafür braucht man nicht eine Statue von einem indischen Elefantengott im Haus stehen zu haben. Shiva Shiva Puja bedeutet Wenn weltliche Vorstellungen sich auflösen, erkennt man, dass nicht nur mein Bruder mein Bruder ist, sondern alle Wesen mit einem Eng verwandt sind. Alles fragmentierte Bewusstsein fällt weg. Nationenbewusstsein, Geschlechtsbewusstsein, Familienbewusstsein, Körperbewusstsein, Erdenbewusstsein, etc. Man erfährt die zugrunde liegende Einheit in allen spirituellen Wesen. Alle sind gleich, sind reines Bewusstsein. Die Seele kann mit Eigenbemühungen die materiellen Annahmen der Maya verneinen. Neti, neti. Man erkennt, nicht der physische Körper zu sein, und da man die Bewegungen des Geistes, der Emotionen und Gefühle und all die wechselnden Eindrücke und Meinungen beobachten kann, bedeutet dies, dass man selbst jenseits davon ist. Der neutrale Zeuge davon, der unberührte Beobachter. Man ist einfach Bewusstsein, einfach Gewahr. Es ist ein Zustand des Wahrnehmens, der nicht charakterisiert ist durch Unterschiedlichkeiten, sondern nur der reine statische Zustand selber, ohne Form, ohne Individualität, ohne Aktivität. Es ist die Verwirklichung der Einheit, der Homogenität, der nicht-dualen Wirklichkeit. Es ist völlig irrelevant, aus welchem Glaubensweg man zu dieser Erkenntnis gelangt. Das wird Shiva-Puja genannt. Vishnu Da wir als Seele begrenzt sind, denn wären wir unbegrenzt, dann hätte uns das Begrenzte, die Maya, nicht vergessen lassen können, ist natürlicherweise alle Erkenntnis, die von ihr kommt, ebenfalls begrenzt. Man kommt an die Grenzen der Eigenbemühung und weiß, dass ab hier nur noch die Offenbarung einem weiterhelfen kann. Ab diesem Punkt ist der Weg göttliche Intervention. Diese kann aber nicht geschehen, wenn die Seele nicht das volle Potenzial ihrer Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Denn das Warten auf Barmherzigkeit, ohne an die letzte Grenze seiner eigenen Möglichkeiten zu gelangen, ist nur Faulheit. Man erkennt, dass man selber ewig individuelles Bewusstsein ist, eigenständig, mit freiem Willen, und zugleich gibt es ein höchstes individuelles Bewusstsein, das mit allem verbunden ist und über alle bewusst. Bhagavad Gita 4.5 Die Seele ahnt, dass es Größeres gibt, als sie selbst, und dass sie ein Teilchen davon ist. Mama Ivamsu Die Seele ist ein ewig individuelles Teilchen Gottes, und die Perfektion des Teilchens ist es, freiwillig mit dem Ganzen zu harmonieren. Dein Wille geschehe. Dieses höchste individuelle Bewusstsein ist unbegrenzt, wunderbar, liebevoll, voller Schönheit, mit anderen Worten, voller ewig unvergänglicher Eigenschaften. Gott Und Gott ist es wert, alle Zuneigung meines Herzens dorthin zu lenken, zu schenken. Wenn das endliche Bewusstsein sich freiwillig dem unendlichen Wesen zuwendet und in einen Austausch der göttlichen Liebe eintritt, dann nennt man dies Vishnu Puja. Es ist das Ziel der Selbstverwirklichung. Es ist wiederum völlig irrelevant, aus welcher geografischen oder konfessionellen Umgebung jemand stammt, denn diese Identifikationen wurden schon bei der Shiva Puja überwunden. Wie geht es denn? Was ist denn? Die